Guten Tag, mein Name ist Stefan Friedrichowski und ich bin einer der Gründer der Firma Trading Stars. Aber heute geht es um unseren Partner Argus Fx. Argus Fx hat nämlich eine sehr interessante Social Trading Plattform namens Argonaut aufgesetzt und genau diese will ich heute Ihnen ein bisschen im Detail mal vorstellen, sodass man sich schnell da zurechtfindet und da auch seine ersten Aktionen machen kann. Die Themen sind ganz einfach. Natürlich braucht man ein Konto bei Argus Fx und ich möchte dann die Plattform mal vorstellen, wie man sie bedient, welche Einstellmöglichkeiten man hat und schließlich und endlich will ich einfach auch mal live zeigen, wie man dann einer Strategie von jemandem anderem, also einem Konto von jemandem anderem, ganz einfach folgen kann. Aber bevor ich starte natürlich noch der Hinweis auf die Risiken, die mit dem Traden von Forex und CFDs verbunden sind. Diese beinhalten nämlich ein sehr hohes Risikopotenzial, dessen man sich auf jeden Fall bewusst sein sollte und daher auch hier nochmal der Hinweis. Aber starten wir gleich durch. Also gehen wir natürlich einfach zum Broker Argus Fx. Auf die Internetseite von Argus Fx, die ist recht einfach zu sehen, argosfx.com. Und wer nicht sofort auf der deutschen Seite landet, der hat die Möglichkeit, natürlich die Sprache hier entsprechend auszuwählen. Die ist bei mir schon auf Deutsch gestellt. Ja, das Erste, was man natürlich braucht, um weiter auch nachher handeln zu können, ist ein Trading-Konto. Das ist wie immer ganz einfach. Also man klickt einfach auf Trading-Konto eröffnen, füllt es entsprechend aus und hat sehr, sehr schnell alles Erforderliche, um auch traden zu können. Das Gute ist, um das mal vorzustellen oder auch für Sie, wenn Sie dann mal sich damit vertraut machen wollen, können Sie auch schon erste Schritte im Argonauten machen, auch bereits ohne, dass ein Konto vorhanden ist. Wie findet man in Argonauten? Ganz einfach, zwei Möglichkeiten. Entweder hier oben unter Trading gibt es einen Eintrag Argonaut-Plattform oder noch ein bisschen schneller gibt es das Ganze hier unten nochmal. Und da klicken wir einfach drauf und landen automatisch beim Argonauten von Argus Fx. Ja, und hier gibt es natürlich die Möglichkeit, sich entsprechend jetzt wieder zu registrieren oder einen Login zu machen. Wir klicken mal einfach Login und ohne, dass wir bereits schon registriert sind, ohne, dass wir bisher ein Konto und ein Account im Argonauten haben, können wir den nächsten Schritt schon gleich machen, nämlich indem wir hier auf Traders klicken. Dann sehen wir ganz, ganz schnell, welche Menschen, Firmen hier bereits Strategien anbieten, denen man dann anschließend folgen kann. Das heißt, der Argonaut dient zur Verlinkung unterschiedlichen Konten. Zunächst mal gucken wir einfach nur in die Konten hinein, um zu sehen, ob wir einer solchen Strategie, einem solchen Account folgen wollten. Wenn ja, machen wir gleich dann auch die nächsten Schritte. Aber zunächst mal sehen wir hier alle Trader, die irgendwie hier aufgelistet sind, 60 Seiten. Was natürlich möglich ist, ist einfach hier oben eine Auswahl zu treffen und beziehungsweise jetzt danach sortieren zu lassen. Also beispielsweise gerade bei einer Social Trading Plattform ist es vielleicht nicht uninteressant zu fragen, naja, wer folgt dem wem und wie viele. Und ich habe jetzt mal die Liste einfach nach Follower jeweils hier sortiert. Und dann kann man zum Beispiel diesen hier finden und einfach durch einen Mausklick sehen wir genau, welche Kontobewegungen hier stattfinden. Und wir können nicht nur den Kontostand und den Verlauf uns genauer angucken, sondern wir können auch zum Beispiel fragen, welche Symbole werden überhaupt gehandelt. Bei dem einen oder anderen gibt es auch Strategiebeschreibungen. Und was natürlich auch sehr interessant ist, ist einfach eine Tabelle der monatlichen Resultate. Und wir sehen hier beispielsweise ein super Gewinn im März, dann ein Verlust, wieder ein Gewinn und nochmal ein Verlust. Also ein Auf und Ab, wie es halt in vielen Trading Konten der Fall ist. Jetzt will ich, um gleich aber auch den Schritt machen zu können, einer Strategie wirklich den Autocopy zu aktivieren, werde ich mich mal kurz einloggen in die Plattform. Das heißt, ich bin hier schon registriert. Ich habe einen Benutzernamen und ein Passwort und kann dann nachher auch die entsprechenden Schritte tun. Der erste Start ist natürlich wieder genau der gleiche, nämlich ich gehe wieder auf Traders und all die Dinge, die ich jetzt im Moment noch zeige, gehen natürlich genauso wie gerade eben auch bereits ohne, dass man einen Account hat und ohne, dass man bereits registriert ist. Jetzt will ich natürlich hier mal eine Auswahl treffen. Naja, also mich interessieren natürlich eigentlich nur Realkonten, keine Demokonten und wir können jetzt hier einfach mal einen weiteren Filterfunktionen verwenden. Es sind zahlreiche vorgesehen. Ich sage mal einfach, fangen wir mit maximalen Drawdown an. Naja, ich bin bereit, vielleicht 15 Prozent zu auch zu verlieren, aber ich möchte auch ein Konto suchen, wo auch Aktivität tatsächlich passiert. Deswegen sage ich einfach, 100 Trades sollen da einfach schon mal durchgeführt worden sein, damit ich nicht hier vielleicht nachher nur auf dem Konto treffe, wo gerade fünf Trades gemacht wurden. Und wenn ich schon bereit bin, 15 Prozent zu verlieren, dann möchte ich aber wenigstens die Hälfte auch als Gewinn beispielsweise haben. Wenn man eine solche Auswahl trifft und dann auf Search klickt, dann wird man automatisch ausgewählt. Also man kriegt nur noch die Trader zu sehen, die seine Vorgaben erfüllen. Und da haben wir hier beispielsweise eine unter dem Namen Lambda Strategies Forex Fächer M5 und können uns diese zum Beispiel auch dann wieder genauer anschauen. Das heißt, genau wie gerade können wir hier jetzt wieder den Kontoverlauf sehen. Wir sehen hier auch wieder ein Auf und Ab mit einem netto Zugewinn, einem langsamen Anstieg. Auch hier natürlich noch mal wieder, oh ja, da werden also offensichtlich ziemlich viele Währungspaare gehandelt. Und auch das Letzte hier noch mal, wir können auch hier natürlich wieder die monatlichen Erfolg oder Misserfolg uns genauer anschauen. Misserfolg gab es jetzt hier in dem Fall noch nicht. Aber wir können auch mal gucken, ob hier weitere Informationen vorhanden sind zu der Strategie. Und siehe da, hier finden wir auch noch zusätzliche Informationen, die uns vielleicht für unsere Entscheidung entsprechend dann helfen. Ja, und wenn es soweit ist, dass wir sagen, hey, wir haben eine Auswahl getroffen, dann können wir natürlich einfach sagen, okay, wir wollen dieser Strategie folgen. Das geht jetzt tatsächlich natürlich nur noch, weil ich eingeloggt bin. Das heißt, ich tippe Autocopy. Das Autocopy ist einfach die Aktivierung, dass dann die Trades in mein Konto genauso einfach reinkopiert werden, wie das Leader-Konto entsprechend handelt. Aber was heißt jetzt genauso? Und dieses genauso, dafür gibt es drei Auswahlmöglichkeiten, wie die Trades kopiert werden sollen. Nämlich einmal Leader-Slot-Multiplier, Equity-Multiplier und Fixed-Lot-Size. Letzteres halte ich für nicht ganz so geeignet, weil man damit gar keine echte Risikosteuerung hat, weil einfach immer die gleiche Lot-Size gehandelt wird und wir nicht genau wissen, ob es da nicht Untervarianten in der Strategie gibt. Zwei andere Auswahlmöglichkeiten sind natürlich sehr interessant. Einmal einfach einen Lot-Multiplier. Das heißt beispielsweise, wenn ich da eine 2 eingebe und im Leader-Konto werden 0,02 Lot getradet von irgendeinem Währungspaar, dann würde ich halt den Trade mit 0,04 Lot. Da es ein Multiplier ist, können wir natürlich so auch dem Konto entsprechend folgen, wenn mal unterschiedliche Lot-Sizes gehandelt werden. Die vielleicht interessanteste Auswahlmöglichkeit ist der Equity-Multiplier. Der Equity-Multiplier funktioniert folgendermaßen. Er vergleicht nämlich einfach die beiden Kontostände, also den Kontostand meines eigenen Kontos und den Kontostand von dem Konto, welchem ich folgen möchte. Mal eine Annahme. Mal angenommen, mein Konto ist ein 20.000 Euro Konto und das Konto, dem ich folgen möchte, ist ein 5.000 Euro Konto. Wenn ich jetzt einen Equity-Multiplier von 1 nehme, dann wird automatisch jeder Trade, der im Leaders-Konto gemacht wird, in dem Fall mit einem Faktor 4 multipliziert. Warum 4? Aufgrund des Beispiels 20.000 Euro ist mein eigenes Konto. Das Konto, dem ich folge, ist ein 5.000 Euro Konto. Dazwischen liegt ein Faktor 4. Deswegen wird jeder Trade, die Lot-Size des Trades, mit dem Faktor 4 versehen. Würde man jetzt, was ich nicht empfehle, hier beispielsweise auf 2 gehen, dann würde jetzt noch zusätzlich ein Faktor 2 drauf multipliziert werden. Das bedeutet aber, dass ich mit einem höheren Risiko, auch bezogen auf meine Equity, meines Kontos, handel als das Leaders-Konto. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage 0,5, das ist dann auch ein Punkt in dem Fall, also eine 0,5 eingebe, dann habe ich genau das halbe Risiko. Wieder auf mein Beispiel bezogen, bei einer 0,5 und den Kontoständen 20.000 und 5.000, was ja eigentlich ein Faktor 4 ist, würde dann schließlich und endlich jeder Trade mit einem Faktor 2 multipliziert werden. Soweit zu den Einstellmöglichkeiten und alles, was ich jetzt noch tun muss, ist einfach auf Activate klicken und dann gibt es hier mehrere Optionen, die passieren können und auch sollen, nämlich je nachdem, welche Art von Strategie man folgen möchte. Ist es nötig, dass noch ein Administrator noch bei Argus entsprechend das Ganze freischaltet? Das geht einfach per E-Mail, dauert maximal 24 Stunden. Es ist ebenfalls möglich, dass man aufgefordert wird, ein weiteres Unterkonto zu eröffnen, was ich in Summe eigentlich sogar sehr gut finde, damit nicht alles, was man dann kopiert, vielleicht in einem einzigen Konto ist, sondern es ist durchaus anzuraten, dafür auch verschiedene Unterkonten zu verwenden. Ansonsten gibt es viele Möglichkeiten und man wird entsprechend mit dem Support schon auf die richtige auch hingewiesen. Hier ein kleiner Kontrollschritt ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Ja und das war es schon. Jetzt bin ich automatisch in der Autokopierfunktion dieses Kontos, also natürlich jetzt nach der Freischaltung durch den Administrator bei Argus und jeder Trade, der jetzt in diesem Konto hier gemacht wird, wird automatisch in mein Konto mit kopiert. So einfach geht es und so einfach soll es auch sein. Insofern kann man nur sagen, hat Argus da eine ziemlich coole Plattform geschaffen, um anderen erfahrenen Tradern entsprechend zu folgen. Das war auch schon die ganze Einführung. Gucken wir nochmal kurz, was noch möglich ist und nur ein paar Hinweise, dass wir hier nochmal die entsprechenden Angaben auch haben, wen man wofür wie kontaktiert und welche Internetseite wofür geeignet ist. Also Sie können jederzeit natürlich den Support von Argus erreichen. Eine Kontoeröffnung ist direkt auf der Internetseite von denen möglich und einfach mal rumprobieren. Geht auch direkt auf der Argonaut-Plattform. Ich habe hier schon den Link nochmal direkt rauskopiert. Den erreicht man allerdings auch genauso über die Hauptseite von Argus FX. So weit, so gut. Ich hoffe, die ersten Fragen sind geklärt und ansonsten lassen sich auch alle anderen sicherlich ganz einfach klären. Bis dahin. Tschö. Ich habe hier schon den Link.